hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal ja lieben wir haben heute den oh gott muss ich kurz gucken moment ja logo wir haben heute den 30 april vielerorts machen sich leute schon fertig für den tanz in dem mai ich nicht ich werde die ruhe zu hause genießen ich werde mir einen schönen tag machen heute neben euch dann mit dazu dann könnt ihr euch das ganze nachher oder jetzt guckt ihr euch das ja gerade aktuell an ja was habe ich heute vor ich möchte ganz gerne bei dem wetter versuchen so ein paar sinne meist cinematische aufnahmen mit der osmo pocket 2 in 4k und ich würde sagen suchen muss mal ein paar bereiche die man aufnehmen kann und dann würde ich sagen legen wir los viel spaß dabei so Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.